Also, es geht gut los, würde ich mal sagen. Wir sind halt jetzt nicht mal, keine Ahnung, 150 Kilometer gefahren und schon macht es die erste Stelle von der Schuft meiner Mama gerade. Der war ja gerade ein paar tausend Kilometer gefahren. Aber eigentlich nicht so unnormal schlimm. Hält noch. So, da steht er in der Werkstatt und wir jetzt erstmal hochgenommen. Jetzt sind wir erstmal los, was sollen wir machen? Die haben unser Auto geklaut. Scheiße Koja, was machen wir jetzt? Ich weiß auch nicht. Wir klauen am besten eins von denen. Wollen wir uns eins aussuchen? Ich nehm den da. Ich weiß nicht, ich find die Konstruktion auch witzig. Und jetzt? Jetzt? Und jetzt? In der anderen Seite? Heil! Willkommen zur Kickflip-Hause. Andere essen was, wir machen Kickflips. Perfekt. Aber schmeckt richtig nach Peperoli. Sehr gut. Ja man, alles am Start hier auf unseren 2 Quadratmetern. Morgen. 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 So Leon, wo bist du gerade? Irgendwo im Ex-Sammstein-Gebirge. Mal schauen, wo es hinfällt. Sportlich, würde ich sagen. Wir sind auf ein Hindernis gestoßen. Da vorne scheint der Weg aufzuhören. Einfach mal hier. So geht's weg ab. Ciao. Schönen Kaffee gekocht. Schönös. Was haben wir vergessen? Das ist das Suchbild jetzt. Was haben wir vergessen? Das ist alles, was wir von Kaffee dabei haben. Ich trink aus dem Feuerzeug. Ich hab schon gerade mit der richtigen Kamera ein bisschen gefilmt. Für das richtige Video. Also. Bis zum nächsten Mal. Willkommen in Prag, Keuer. Danke. Wir sind gerade in Österreich. Wir haben hier auf dem Kinnplatz stehen. Wir haben auch hier geschlafen. Und jetzt waren wir duschen. Ja, Keuer holt gerade Brötchen. Ein kleiner Stott in Wien. Wir sind hier. 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 Wir sind hier.